Ja, meine Leute, und ein herzliches Willkommen zurück auf dem Kanal. Es hat schon so ein bisschen Tradition, wenn ich wenig Zeit habe, so über eine Woche lang, sag ich einfach mal, dann haut Rainer mal richtig raus. Naja gut, ich würde sagen, wir holen mal so ein bisschen die letzte Woche nach. Ich denke, ihr habt es alle mitbekommen, war ja in allem Munde, in jedem Hatermund, könnte man schon fast so sagen, Rainer verabschiedet sich aus dem Internet für ein Jahr. Ja, sehr komisch, da eine genaue Zeitergabe zu machen, vor allem mit einem Startdatum. Also 1. April bis 1. April will er quasi nichts mehr machen. Sehr komisch, glaube ich, natürlich sofort. Ja, ich hatte euch seinen Blog gelesen, ich weiß nicht, ich meine, wir hatten schon, wie oft, Jungs und Mädels, wie lange seid ihr dabei? Dann werdet ihr bestimmt mir zustimmen, dass wir wahrscheinlich achtmal, würde ich einfach mal jetzt so grob aus dem Bauch ausschätzen, schon gehört haben von Rainer, dass er aufhören wird mit YouTube oder, nämlich nicht mit YouTube, das ist ja schon ein bisschen länger vorbei, mit seiner Internetpräsenz. Und jetzt ganz plötzlich, nachdem der Februar für ihn die Hölle war, wahrscheinlich das schlimmste Monat seiner Karriere, würde ich einfach mal so sagen, vielleicht sogar schlimmer als das YouTube aus, aber das weiß er wohl nur selbst. Aber naja, wir fangen mal so ein bisschen chronologisch an. Und Rainer ganz plötzlich meinte, boah, die blöden Hater, ich habe keinen Bock mehr, ich bin vier, ich überlege. Erst weil ich überlege, für ein paar Jahre das Internet-Dasein an den Nagel zu hängen. Und dann relativ schnell kam dann aufgrund eines Ofengäse-Videos anscheinend, ich habe das Video nicht gesehen, dass er jetzt komplett gar keinen Bock hat und die Entscheidung jetzt feststeht. Dann hat er einen Blog geschrieben, wo er ein bisschen erklärt, was jetzt los ist, also Instagram, was eh tot war, wurde gelöscht. TikTok, wieder, wie letztes Jahr, nur auf, wie heißt das da, privat oder auf nicht sichtbar. Auf jeden Fall ist es nicht gelöscht, das will ich einfach damit sagen. Was hat er noch? TP bleibt natürlich weiter bestehen, ne? Da kommen wir auch gleich vielleicht nochmal ein bisschen näher drauf zu sprechen. Dass er nie wieder auf YouTube kommen wird, hat er wohl jetzt akzeptiert. Wahrscheinlich nur jetzt aus Laune heraus, weil er sehr wütend war. Wenn er sein Comeback startet, wann auch immer das sein wird, nächste Woche, vielleicht echt in einem Jahr. Obwohl er will jetzt ab 1.4. erst aufhören komplett. Kommen wir aber vielleicht mal zu TP. Und zwar ganz komisch, dass er die Sachen jetzt sehr komisch limitiert. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel man beim Burgergeld dazu verdienen darf, bis es halt abgerechnet wird. Aber ich denke mal, Rainer wird es nicht ausgerechnet haben und genau das bei TP eingegeben haben. Ich meine, mit dem Discord, mit diesen Grußbotschaften im Monat, da wird er wohl jeden Monat, wenn ein Größter davon verkauft ist, sage ich mal, ob diese Sachen kommen, die er haben darf. Was einfach, ja, die Theorie einfach am Leben hält, dass er einfach jetzt auf Burgergeld chillt, in der Hoffnung, dass irgendwann seine Probleme verschwinden. Ich meine, Rainer fährt diese Takt ja sehr, sehr oft, dass er einfach denkt, okay, ich mache jetzt einfach gar nichts und in einem Jahr versuche ich einfach das Gleiche nochmal. Und hoffe, es klappt. Siehe YouTube. Er wird einfach jetzt auf Burgergeld chillen, die Insolvenz beantragt haben. Ich weiß gar nicht, von wem ich das Video gesehen habe. Ich meine, das war Märkische Heide, der hat das so ein bisschen aufgedröselt, was das für Rainer bedeutet. Und ja, erst mal, dass ich aus meinen eigenen Gedanken sagen kann, die Sachen, die er hat, also diese Krankenkasse-Sachen, ich glaube, er hat auch Steuerschulden, die wäre natürlich nicht weggemacht. Sonst könnte jeder einfach nie Steuern zahlen, Insolvenz machen und wieder von Null anfangen. Ist ja Quatsch. Nur halt die Sachen, die er mit Firmen hat, also wenn er was gekauft hat, irgendwelche Mietverträge, was auch immer, das wird dann irgendwann gelöscht, wenn, groß ist, wenn er die Restschuldenbefolgung hat. Und die setzt voraus erst mal, dass man sie beantragt. Wir kennen Rainer, das ist schon mal die erste Hürde. Und zweitens, man muss quasi beweisen, dass man unverschuldet in diese Situation gekommen ist. Sprich, wenn Leute sich das anschauen, die Rainer das bewilligen wollen und die machen ihren Job, wie Rainer sagen würde, dann würden die sehen, dass Rainer das Geld vollkommen aus dem Fenster geworfen hat. Sie werden sehen, vielleicht sogar aufgrund von Schanzenwatch, dass er mehrere tausend Euro Mula verdient hat, zwei bis drei. Kann man gut mit rechnen, dass er die am Ende rausgehabt hat. Und wie es sein kann, dass man mit so einem Verdienst so in die Schulden schüttern kann. Und zweitens, erst mal, ich meine, Rainer hat jetzt, wie viel sind es? 25.000 Euro Schulden, glaube ich. Das ist doch zu wenig, oder? Ich meine, 25.000 Euro, klar ist das viel Geld, versteht mich da nicht falsch. Aber die Insolvenz ist ja für Leute gedacht, die da anders gar nicht mehr rauskommen. Dessen andere Option wäre, für immer zu arbeiten, um die Schulden abzutilgen. Und Rainer könnte mit seinem Verdienst, dann sagen wir mal, er macht 3.000 brutto im Monat. Ich sage es dir einfach mal. Wenn er wirklich durchzieht, mit 4 Streams, tippe, sagen wir mal 3.000, 3.000 brutto, ne? Davon weiß ich, wie viel sind das? 3.000 brutto, wenn man selbstständig ist, 2.000 oder so, keine Ahnung. Geben wir mal von 2.000 Euro netto aus, die er wirklich hat, nachdem er wirklich alle Sachen, die er jetzt machen müsste, bezahlt hat. 300 Euro Miete, beziehungsweise 350 Euro im Winter. Krankenkasse wird er mit so wenig Geld wahrscheinlich nah am Mindestbetrag liegen. Der Mindestbetrag ist 200 Euro. Ich weiß nicht genau, wie die Staffelung da ist. Dann wäre er bei 6.000 Euro. Dann ist Miete, Krankenkasse, Strom und so weiter alles bezahlt. Verpflegung, reiner, sieht nicht so aus, aber sagen wir mal, ich weiß nicht, wie viel wird er verfressen im Monat, wenn er nicht bestellen würde? 200 Euro, 300 Euro. Gehen wir mal aus, dass er 900 Euro Lebenserhaltungskosten hat mit Miete. Ich habe es ja gerade aufgezählt. Dann hätte er trotzdem 1.000 im Monat ausgeben können für diese Tilgungen. Und dann wäre er in zwei Jahren schuldenfrei. Deswegen glaube ich nicht, dass er diese Insolvenz bewilligt bekommt. Ich denke mal schon, dass da ein gewisser, eine gewisse, ja, ein gewisser Notstand, sag ich mal, da sein muss. Nächste Theorie. Es wurde so ein bisschen spekuliert, ja, ein Jahr, das hört sich echt komisch an, vor allem genau ab einem Datum will er aufhören und nicht, ja, ich höre nächste Woche auf oder ich höre in zwei Wochen auf, was auch immer, dass seine Bewährung widerrufen wurde. Ich glaube, man kann es nicht öffentlich einsehen, wie die Insolvenzanträge, also wenn irgendwann da reinkommt, dann sehen wir es. Aber die Bewährung aufgehoben kann natürlich sein. Es gibt auch so eine kleine Frist, sag ich mal, also die Polizei kommt nicht sofort und nimmt dich mit. Ich glaube, du hast ein paar Wochen Zeit oder so, um deine Sachen halt zu klären, wie deine Wohnung weitergemacht wird, wie der Strom und so weiter, dass du alles abstellen kannst, was auch immer, ne. Das würde passen, dass einfach Mitte März die Polizei gesagt hat, jo, oder der Staat gesagt hat, jo, Herr Winkler, erster, vierter Haftantritt für ein Jahr. Könnte auch sein. Aber das glaube ich eher weniger. Vor allem, er meinte ja, okay, es ist reiner, ich weiß, aber er meinte ja, dass er noch ab und zu was posten wird, ab und zu, äh, was war das? Ein Podcast, ein Podcast hochladen wird und es geht aus dem Knast sehr schlecht. Ich glaube nicht, dass er da die Möglichkeiten für hat, aber es ist reiner, kann natürlich auch sein, dass er es nur gesagt hat, auch mit dem, ich komme in ein Jahr wieder, vielleicht kommt er auch erst in zwei, drei Jahren wieder oder auch gar nicht, vielleicht ist er am Plan, auch einfach gar nicht mehr wiederzukommen, aber einfach nur, um diesen, ja, Anschuldigung aus dem Weg zu gehen mit, ja, du bist besiegt, weil kann er sagen, oh, ich bin nicht besiegt, ich komme nächstes Jahr wieder. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, denn jetzt immer noch, Reinhard schilt auf seinem Discord, wartet auf die Zahl der Kundschaft, die den rangekauft hat, was zum Glück kaum jemand tut, das ist sehr schön. Ja, dann kommen wir einfach mal zum nächsten Thema, und zwar, Rainer verkauft sich wieder, will er damit die, den Insolvenzbeauftragten zeigen, dass er jede Arbeit annimmt, wer weiß, hat man aus privaten Chats, von, auf seiner Mulde Seite herausgefunden, dass er sich wieder als Escort anbieten möchte. Ja, das übliche Unbesiegler war natürlich noch mittendrin in seinem Blog. Ja, ich denke mal, das ist alles, was so die Woche wirklich passiert ist. Ich meine, es gab noch einen Einsatz in Zobis mit der Polizei, ich denke mal, brauche ich nicht näher darauf einzugehen. Sag ich einfach mal, was heißt das alles für die Zukunft hier? Ich meine, wenn Rainer wirklich weg ist, dann hat der Kanal sein, viel erreicht, sage ich mal. Aber ich habe so ein bisschen, das macht das hier jetzt schon seit irgendwie 14 Monaten oder so und es würde irgendwie fehlen, wenn es Schmidt wegbricht. Natürlich habe ich noch andere Sachen, die ich mache, das sind eher so Kleinigkeiten, die ich nur mache, wenn ich wirklich Zeit dafür habe. Der Hater-Kanal hier war immer im Fokus und soll es auch so bleiben. Ich weiß nicht, ob ich zu anderen Leuten irgendwas mache und auf Rainers Rückkehr warte, falls sie kommt. Aber wenn Rainer wirklich weg ist, ich weiß nicht, ob ich da noch altes Schmidt noch hochlade, vielleicht auf dem zweiten Kanal, da kommen mal die Reactions drauf. Könnt gerne in die Videobeschreibung schauen, da ist er verlinkt. Das wird wahrscheinlich passieren, aber dann, ich weiß es nicht. Ich meine, Rainer wird dann nichts mehr tun. Ich denke mal, die Chance-Match-Beiträge, zu denen man wirklich was sagen kann, werden sich auch stark in Grenzen halten. Ich denke einfach mal, dass dann hier so eine kleine Neuausrichtung kommt. Irgendwelche anderen Masken vielleicht, irgendwelche anderen Leute im Internet, die viel Scheiße labern, ähnlich wie Rainer. Deswegen so. Ich meine, der Plan war, wenn Rainer weg ist, Kanal auch weg, aber irgendwie ist mir das dann doch so ein bisschen ans Herz gewachsen. Naja, ihr könnt ja gerne eure Meinung zu den einzelnen Themen in die Kommentare schreiben. Glaubt ihr, er kommt wieder? Glaubt ihr nicht? Ich glaube, er hat wirklich vor dem 1.4. zu gehen. Ich glaube nicht, weil er ein Knast muss oder ähnliches. Ich glaube einfach, dass er nicht selbst gemerkt hat, dass es nichts bringt, sondern einfach, weil Rainer weiß, jo, wenn ich jetzt weiter das hier mache und alles, was über diesen Freibetag vom Bürgergeld eh reinkommt, geht eh an die Gläubiger. Deswegen, warum soll ich das machen? Laut Rainers Kopf. Er wird sich wahrscheinlich schon durchgelesen haben, diese Rechtsschuldbefreiung, dass nach drei oder sechs Jahren, je nachdem, deine Schulden komplett weg sind. Dass wir er sich durchgelesen haben, gedacht, okay, mache ich einfach drei Jahre lang nichts. Ist der Vorteil, ich kann erstmal mein Leben hier chillen, Bürgergeld reicht, ich werde eh keinen Job finden. Allein schon aufgrund seiner körperlichen Verfassung, er kann als nichts arbeiten, machen wir uns nichts vor. Und drittens, er hätte viel, viel weniger Hate um sich. Weil wenn Rheinland wirklich aufhört, in einem halben Jahr wird keiner mehr im Zoo bestehen. Glaube ich nicht. Erst recht nicht, weil dann Winter ist logischerweise und es kalt ist. Da wird keiner mehr stehen. Ich denke mal, das wird Rainers Hoffnung sein, dass er einfach jetzt in seinem Kopf, das wird nicht klappen, wie gesagt, die Rechtsschuldbefreiung wird er höchstwahrscheinlich nicht bekommen, dass er es einfach aussitzt. Und dann, wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, Anfang, weiß ich nicht, keine Ahnung, wann auch immer, wiederkommt und hofft, dass alles anders ist. Gut, Wunde. Ich denke mal, ich habe genug gelabert. Wie gesagt, gerne auch mal in die Kommentare. Das nächste Video, was hier kommt, keine Ahnung, je nachdem, was Rainer noch so macht bis 1.4. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen würdet. Es wird schon so in die Richtung der Videos gehen, die auch gekommen sind. Sprich, kann man das Meinungsbox nennen? Ich denke schon. nur halt nicht mehr nur über Rainer, sondern vielleicht auch über andere Sachen. Es gibt ja noch andere Internetsternchen im Internet, macht Sinn, die, ja, auch sehr komische Sachen von sich geben. Ich denke, viele von euch werden wissen, welche Person ich damit meinen könnte. Na gut, Wunde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. So, haut da rein.